Es gibt acht Schritte zum idealen Immobilienverkauf. Der erste Schritt ist das Gespräch mit einem Immobilienprofi. In einem unverbindlichen Erstgespräch werden die Schritte im Immobilienverkauf genau durchgesprochen. Es werden technische und juristische Fragen geklärt, die eventuell später zu Problemen führen könnten. So reden wir zum Beispiel von steuerlichen Auswirkungen, Dienstbarkeiten usw., die im Vorfeld geklärt werden müssen. Als zweiter Schritt erfolgt eine Verkehrswertschätzung. Der Immobilienprofi bewertet die Immobilie seriös zu den aktuellen Verkehrswerten, Sachwerten, um gemeinsam mit dem Verkäufer einen seriösen, realistischen Verkaufspreis anzusetzen. Überhöhte Preise führen dazu, dass zu wenig Interesse herrscht und man wirkt unseriös den Interessenten gegenüber. Und wenn die Immobilie dann zu lange am Markt ist, ist die Chance, einen guten Preis zu erzielen, sehr gering. Der dritte Schritt ist eine seriöse und akribische Datenaufbereitung und Erfassung. Der Akt mit allen wertvollen Informationen hilft dem Immobilienmakler den Interessenten Antwort und Rede zu stehen für alle wesentlichen Fragen. Das gibt dem potenziellen Käufer Sicherheit und sichert den Verkäufer rechtlich ab. Als vierter Schritt erfolgt die Vermarktung und das mit Garantie. Denn jede Immobilie spricht eine bestimmte Zielgruppe an, die eine eigene Bildsprache und einen eigenen Slogan eventuell braucht. Und auch die Datenaufbereitung verändert sich je nach Zielgruppe. Der Immobilienmakler kennt die Zielgruppen genau und spricht diese mit der richtigen Sprache an. Und so wird eine individuelle Vermarktungsstrategie für jede einzelne Immobilie entwickelt. Als fünfter Schritt geht es um die Interessentenbearbeitung. Die Fülle an Anfragen muss bearbeitet werden, Besichtigungen organisiert werden und eventuell unseriöse Anfragen ausselektiert werden. Der Immobilienmakler macht das mit Erfahrung seriös und ist immer ein guter Ansprechpartner unerspart dem Verkäufer damit sehr viel Zeit. Als sechster Schritt geht es um die Verkaufsverhandlungen. Denn hat man einen Interessenten gefunden, der eventuell auch kaufen möchte, ist es damit noch nicht getan. Die Vereinbarungen müssen festgehalten werden in einem Kaufanbot. Eventuell muss noch eine Unterstützung erfolgen, um die Finanzierung zu organisieren. Das Ganze mündert in einem Kaufanbot, das dem Verkäufer vorgelegt wird und für beide Seiten bindend ist. Als siebtens kommt der grundlosfähige Kaufvertrag. Der wird von einem Juristen verfasst, aber der Immobilienmakler liefert dem Juristen wertvolle Informationen über die speziellen Eigenschaften der Immobilie, über die Wünsche des Käufers und auch über die persönliche Situation des Verkäufers. Das sichert alle Parteien ideal ab. Er begleitet die Termine und organisiert diese auch. Als achter Schritt erfolgt die Übergabe. Ein erfreuliches Ereignis, das aber auch kontrolliert und organisiert sein will. Denn zuerst muss der Kaufpreiseingang kontrolliert werden, die Zählerstände werden dabei erfasst und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen mit dem erfolgreichen Immobilienverkauf.